Hallihallo, heute zum nächsten Tutorial in Photoshop. Heute geht es darum, wie man dieses Bild ganz einfach nachschärft. Ich habe da, wie man sieht, ein Bild von einer Hochzeit und der Ring ist ganz, ganz leicht unscharf. Ich will ihn jetzt ein bisschen nachschärfen. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar starten wir mal mit dem Kopieren der Grundebene, der Hintergrundebene, STRG-J oder COMMAND-J und schon ist die Ebene kopiert. Jetzt gehen wir mit der kopierten Ebene auf Filter, sonstige Filter, Hochpass. Da wählen wir jetzt zwei Pixel. Man sieht schon, je höher dieser Wert ist, desto mehr wird nachgeschärft. Ich nehme jetzt mal zwei Pixel her. Man sieht, Photoshop erkennt da die Strukturen und die Kanten ganz genau und wenn wir jetzt da diese Ebene anders verrechnet, normal ist der Standard und wir ändern diese jetzt von normal auf ineinander kopieren, sieht man schon, das Bild ist nachgeschärft. Ich zoome noch mal ein bisschen rein, dass man es besser sieht. Beim Ring sieht man, das Bild wurde super nachgeschärft. Sollte man jetzt zu viel nachschärfen müssen, gibt es einen kleinen Trick, wie man da das Rauschen, das sich je mehr man nachschärft, umso mehr erhöht, wie man das wieder aus dem Bild rausretuschieren kann. Und zwar legen wir über diese Hochpassebene eine Ebenenmaske. Mit der schwarzen Vordergrundfarbe kann man jetzt das Ganze wieder heraus maskieren, also mit Pinsel und schwarzer Vordergrundfarbe über die Stellen, die da nicht nachgeschärft werden sollen, wo das Rauschen wieder verringert werden soll. Und da fährt man jetzt überall drüber und dann sieht man, wenn man wieder reinzoomt, dass da das Rauschen jetzt wieder ein bisschen entfernt wurde, aber der Ring selber, so wie es sein sollte, nachgeschärft worden ist. Ja, das war es schon ganz einfach und ganz schnell mittels Hochpass ein Bild nachschärfen. Probiert es es aus, super Sache. Als Allheilmittel ist es nicht, also der Grundgedanke sollte schon sein, das Bild perfekt zu machen und aus der Kamera schon scharf rauszubekommen, aber im Nachhinein, wenn man ein bisschen was daran bearbeiten will, super Sache. Freut mich, dass es dabei war. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Gebt es den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ich wünsche euch alles, alles Gute ernstweilen, und macht es gut. Vielen Dank.